Mit der Orgel durch das Jahr. In jedem Monat ein themenbezogenes Orgelkonzert. Das ist der Plan für dieses Jahr der Orgel. Das dritte Konzert dieser Art steht an und kann leider wieder nur virtuell stattfinden. Gern würde ich hier an dieser Stelle Andreas Marti aus Könitz in der Schweiz hier in unserer Pfarrkirche in Weißensee begrüßen. Das geht nicht, aber ich kann ihn von hier aus begrüßen und ich begrüße Sie sehr herzlich und lade Sie ein, mit mir zusammen eine virtuelle Reise zu machen nach Könitz in der Schweiz. Wir haben dort Gelegenheit, ihm zuzuschauen und zu lauschen, wie er an dem ihm vertrauten Instrument die Musik spielt, die eigentlich heute hier hätte erklingen sollen. Orgelmusik zum Thema Passion. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020